Gleetzie, willkommen zurück im nächsten Part von... Warum darfst du das Intro machen? Weil du einfach zu langsam bist. Ach, cool, spinn wir jetzt eine Reise nach Jerusalem. Naja, es sind zwei Lüfter. Also so gesehen ist das nicht so sinnvoll. Außer, Löcher. Zwei Löcher. Schau zu mir hin, nanananananananananananaanaana. Okay, wird langweilig. Gleich wegen der Musik ist das veröffentlicht. Ich sag's dir. Voll-Content, ne? Voll-Content-ID und sowas, ne? Sony wird uns alles sperren, egal was wir machen. Wenn ich jetzt auf meiner Flöte pfeife, dann werden wir auch gesperrt. Ja, ich weiß, ich kann's nicht. Bitte lass das in Zukunft. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ich bin nicht traurig. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Jetzt bin ich traurig. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Jetzt bin ich traurig. Glück. So. Jetzt muss ich irgendwie, äh... Ah, gute Idee ist das hier von... Ey, du Spasti. Hey, das war meine gute Idee. Ich wollte auch was zum Test beitragen. Warte. Ich glaub, das ist falsch. Und zwar musst du einfach mal da und ein... Geh du erstmal durch dein blaues wieder durch. Ja, sollte ich. Da oben hin, geh jetzt da oben hin. Dankeschön. Ja, ist ja gut, man. Weiß nicht, ob es gut ist, aber ist das definitiv nicht schlecht. Hast du's? Ja, bin schon lange fertig. Ich warte nur auf dich. Wir warten alle nur auf dich, Markus. Boing, 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 boing. So lame. Irgendwas muss ich da machen? Nein. Ich bin oben. Die Frage ist, was muss ich machen? Exit! Vielleicht muss ich das... Irgend... Ich muss das, glaub ich, bei dir machen. Ja, dann schick mir mal die beiden Portale. Ah, ah. Bist fett. Jetzt mach. Jetzt komm. Jetzt komm. Ganz ruhig. Jetzt müssen wir das anschauen. Boing, boing. Boing, boing. Das wird einem irgendwie schlecht. Das wird einem irgendwie schlecht. Ja gut, sei glücklich, dass ihr das... Das Wand-Gel... Das Gelee rausgenommen haben. Das Wand-Gel... Ja, das... Finde ich schade, ich fände das gut. Was ist denn das hier? Ja. Thank you for keeping the enrichment center spears clean. Okay. Da ist der Exit. Da oben, ich sehe ihn. Da ist der Exit. Hm, erstmal Knopf drücken. Knöpfe sind überwertet allgemein. Knöpfe werden allgemein überfordert. Na, ist ja klasse. Wir müssen erstmal nicht drücken. Was macht man für den Todessturz? Du bescheiße. Abschließend müssen diese Menschen sterben. Ach, Gledos. Welche Menschen Gledos, man? Genau, du gehst mir mit den Menschen so fett auf den Sack. Was bewirkt nochmal der Knopf? Oh, oh. Schönes Wasser. Davon bin ich aber überzeugt. Scheiße, was jetzt das? Also, auf alle Fälle brauchen wir ein Portal unten. Dann wo brauchen wir noch ein Portal. Markus, hier. Du musst mir mal hier zwei Portale setzen. Sodass das so aussieht wie hier. Ach so. Ja, dann darfst du den Knopf drücken. Juhu. Nein, 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 nein. Ey. Ich will den Knopf drücken. Ich will den Knopf nicht drücken. Knöpfe sind doof. Du Arschloch. Ey, ich will den Knopf nicht drücken. Du wirst den Knopf drücken. Ja, dann ich halt den Knopf, mein Gott. Was ist dein Bild? Apropos, hier gibt es noch ein Archiv, mit dem wir holen können. Welchen? Mach doch mal die beiden Portale. Ja, dann will ich den aber auch haben. Ja, den kannst du auch haben. Ich muss erst mal gucken, ob das so ging. Und zwar machst du mal, sobald ich eine Geste ausführe, machst du dein Portal weg. Und zwar jetzt. Mach mal weg. So, eigentlich war es das. Oder musste, ich glaube, man musste tanzen. Ah, ich habe es bekommen. Was hast du gemacht? Wo denn los? Ach so, okay. Ich habe das bekommen. So, das kriegst du jetzt nicht. Dann musst du bitte mal dasselbe machen. Ich will ja, dass du es auch bekommst. So, AG ist sie machen, oder? Ich lache darüber. Bekommen? Ähm, ja, da ist er. Gut, und jetzt mal wieder ernsthaft weiter. Gibt es, glaube ich, sowieso noch any Archivments, die wir noch verpasst haben, aber egal. Wir machen einfach mal weiter. Gülle, Allah, Gülle, Allah. So, ich darf den Knopf drücken. Überhaupt, die Gülle, das haben wir von Rockstar's geklaut. Das haben wir von Rockstar's geklaut. Muss doch keiner wissen. Oh, hier ist ein Gitter davor. Das war aber toll. Wie soll ich jetzt weiterkommen? Ah, oder auch nicht. Wie, was man gar nicht? Hey, da oben war gerade was zum Nachdenken. Du, Frau Marz. Du Loser, du elender Loser. Peter, an der Wäsche Leine ist nicht wirklich Peter. Es ist Spider-Man, Spider-Man. Wir verbringen schon wieder zu viel Zeit bei totalen Scheiße. Okay, was können diese Dinge hier? Cool, gar nichts. Okay. Äh, du müsstest eigentlich auch in die Fläche hinein... Ja, kann ich ein Portal setzen. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Jupp. Und jetzt muss da ein. Jetzt? Drück nochmal den Knopf. Dann wird hier alles vollgeschleimt und dann... Keine Ahnung, was dann kommt. Und jetzt? Was jetzt? Ich springe aber auch mal gegen gucken, was passiert. Wir kommen uns wahrscheinlich zum Exit. Aber wenn das alles ist, dann... Ja, das ist dann alles okay. Dann müssen wir das selber noch für dich machen und dann ist okay. Äh, wie mache ich das jetzt jetzt? Weil... Achso, du kannst von da oben da was machen. Nein, kann ich irgendwie nicht. Oder warte mal. Kannst du nicht... Hä? Däh? Dingle? E-Bäh? E-Bäh? Warte, nein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Drück mal den Knopf. Doch. Okay. Nee, warte. Warte, 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 warte. Ist eine schlechte Idee. Oder kann ich von hier doch noch das Schleimbehälter... Ich kann von hier aus den Schleimbehälter sehen. Okay, drück jetzt mal den Knopf. Äh, soll ich die Brücke so lassen? Ja, ist die Brücke so. Ich drück einfach mal den Knopf. Irgendwie so müsste es gehen, weil so wird jetzt alles hier vollgeschleimt. Und auf der anderen Seite auch. Ja, dann musst du die Brücke aber nochmal wegmachen. So, und jetzt nochmal. Auf den Knopf drücken, bitte. Ja, dann muss ich jetzt halt den Knopf drücken. Auf... Ne interessante Idee. Auf den Knopf... Da muss ich den Entwickler schon was einfallen lassen. Kommt hier in der Welt. Äh, vielleicht reicht das nicht. Wieso reicht das nicht? Achso, dann musst du hier vermutlich das Portal... Drück nochmal den Knopf. Aber halt dich, halt dich bereit längere Zeit den Knopf zu drücken. Du musst mindestens noch einmal den Knopf drücken. Ah ja, perfekt. Dann geht das hier rein. So, und dann musst du jetzt nochmal da oben das Portal setzen und nochmal einen Knopf setzen. Drücken. Und dann müsste es fertig sein. Ja, jetzt darf ich aber... Ja, jetzt wird das, was das dann gewesen sein. So, wo springe ich jetzt mal? Ja, ja, ja. Äh, liebe... Äh, Alter. Boing, 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 boing. Äh? Dann bist du jetzt gestorben? Gute Frage. Oh, anscheinend nicht genug viel Leer dran, oder was? Das ist ja doof. Bis wir das ja nochmal machen. Wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite springen. Oder das. Gervös. Oder mach erst mal noch einmal, noch einmal jäh. Ja, dann musst du nochmal auf den Knopf drücken. Ehe, das kommt das zu mir hoch und spritzt. Jetzt muss ich mal schauen, ob da mehr hingekommen ist. Ja, ja, das ist die Wand komplett voll. Ich drück noch mal, aber... Ja, du musst erst mal noch die Wand setzen. Oh, genau so. Äh, das ein bisschen schief ist, ne? Ein bisschen schief. So ist besser. So schön. Schön gerade. So schön gerade. So schön. So schön. So schön, die Sache, du. So schön, du. So, warte mal. Ich glaube, ich spritz nochmal. Du spritz nochmal. Oh, die abspritzen, Markus. Mach alles ordentlich blau. Ja, bringt dir nix. Ist ja alles jetzt ordentlich blau. Hier sind die Malermeister Mario und sein Bruder. Du bist scheiße. Wehe, ich schaff das wieder nicht. Ihr wisst, dass ich nicht zurückwinken kann. Ach, Oliver. Ich frage mich, ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Keine Sorge, sollten Sie jem einen Parolen-Systems als dokumentieren, lehre ich dafür sorgen, dass euren Namen in den Fußnoten erscheinen. Ey, doch, unsere Namen in den Fußnoten? Was will ich denn damit? Ist ja lustig. Ich brauche unsere Namen nicht in den Fußnoten. Ja, lachen wir mal. Ha, 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 ha. Okay, wir haben jetzt schon wieder die Hälfte der Zeit verschwendet. Also, machen wir mal schon hin. Dann schaffen wir vielleicht noch ein paar, äh, einen, einen Test. Von, achte, oder waren's, ne? Ich glaube, es waren acht. Neun. Das ist ein Standard. Das hast du schon beim letzten Mal behauptet, sonst es waren acht. Ja. Echt? Ja. Ups. Mein gut. So. Wenn gleich der Ruhe zu mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch vier Wande geschaffen, die ein Leben lang... Yeah! Vielleicht. Wo ist der Knopf dafür? Er ist gleich daneben. Ah ja. Speedkill, FTW. Unendlicher Fall, oder? Warte mal, ich brauche auch noch mal. Ich bin... Ich hab ne geile Idee, pass mal auf. Oh, hä? Oh, da ist ja ein Würfel. Guck mal. Nice. Okay, Markus. Du musst jetzt mal das Speedkill benutzen. So wie ich's gerade. Und dann muss ich den Knopf im richtigen Augenblick drücken. Und dann musst du den Würfel auffacken. Kapisch? Zu... Ich muss mir ja auch erstmal Bescheid geben, dass ich da... Ja, dann mach mir einen Counter. Warte mal, ich muss erst mal zurück. Mach das. Eww. So, jetzt halt. Und da ist er. Zu früh! Wenn da ein Counter ist, dann geht man doch regulär erst bei Null los, oder? Und ich sag, also das ist meine Logik, also ich möchte ja... Ich möchte nichts darüber sagen, also. Ja, okay, dann... Ja, perfekt. Ich habe ihn! Mann, bist du gut. Das war wieder eine einfache Kamera. Da schaffen wir vielleicht doch noch einen Test. Ach, nee, das ist ja... Ja, ist ja noch nicht zu Ende. Hä, wo geht's da? Keine Ahnung, ich geh die Treppe. Oh, ja. Ich bin schneller. Das ist das Gesicht. Schwules. Hätten wir auch einfach runter springen können. Ja, aber Treppe nehmen ist cool. Aber das ist der Exit? Nee, glaube ich nicht. Immer noch clean halten, dankeschön. Ich will's nicht clean halten. Hier ist ein Portal. Hä? Oh, oh. You used to have a broken. I don't think so. Hier ist kein Knopf und da... Es kommt jetzt erstmal ins bisschen. Wie bist du da so schnell hingekommen? Ja, dann müssen wir das aber auch auf der anderen Seite machen. Ich glaube, warte mal, hier ist auch noch ein Knopf. Mal gucken, was der macht. Achso, das ist so ein Würfel-Rezeptor-Knopf. Nice. Och, nö. Hier ist schon wieder so Flächen für eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und bla. Ähm, so, wir brauchen einen Würfel. Ja, das sehe ich auch so, Moritz. So, erstmal muss ich da auch noch ein bisschen Geo hin. So, okay. Und wie schafft man das dann? Wir fummeln uns hier schon wieder durch, ohne gegenseitig Hilfestellung zu haben. Ich würde sagen, ich würde sagen, hier ist so eine Art unendliches Laufgelöt. So wie unendlicher Fall, nur mit Laufen. Dafür muss hier erstmal Speedkill hin. Gelee? Gelee? Brauchst du Gelee? Ja, ich brauche Gelee. Warte. Ha, äh. Alter, danke, dass... Alter, warum laufen? Du hast du den Knopf gedrückt, Mann, ich hatte schon... Warum musst du meine Portal überschreiben, Alter? Wenn ich so schon gesetzt habe. Ich habe sie aber dann schon nach vorgesetzt. Du aber. So, jetzt drück noch mal den Knopf. Äh, ich habe keine Ahnung, machen wir was. Die Wand ist, äh. Cool. Ist ja jetzt aber vollgekleckst. Da müssen wir das auf der anderen Seite anscheinend auch machen. Mal weiß es nicht, mal weiß es nicht, mal weiß es nicht. Ach doch. Boah, jetzt reicht eigentlich bei einem. Ah, ich verstehe. Da hinten sind dann vermutlich Zwickknöpfe und wir müssen dann irgendwas machen. Äh, vielleicht noch vor einer anderen Seite so ein Ding setzen? Warte. Halt. Jetzt drück den Knopf. Ich war aber schnell, Alter. Ja, aber du weißt nicht, was ich denke, Alter. Du bist so schlecht. Mann, ist das schnell. Mann, bist du dumm. Boah, das wurde ja wirklich doof. Wurde ja wirklich doof im Kopf. Boah. Alter. Scheiße. Äh, ich glaube, ich sollte dir helfen, oder? Äh, wieso? Täuscht mich nicht. Warte mal, ich glaube, ich muss dir die Portale setzen. Ich bin ne Brä, ich lauf da rein. Du Arschloch. Ach, so, na dann. Erstmal warten, bis die Teile ein bisschen. Arschloch. Bist du jetzt auch immer anders rumgelaufen? Du bist ja die ganze Zeit so rumgelaufen. Ja. Ich bin, ich laufe jetzt im Gelb, okay? Ja, okay, mach das. Äh, hallo? Oliver, ich lauf durchs Gelbe. Ich lauf eh mal durchs Gelbe, ist okay. Meine Fresse, ey. Jetzt lauf ich durchs Rote, damit du's weißt. Ich... Es hat nicht ganz funktionieren, wir müssen das getimed machen. Glaub ich auch. Du, wer hat denn das bessere Zeitgefühl von uns? Keiner? Keine Ahnung, keiner? Nein. Okay. Ich lauf jetzt durchs Rote. Durchs Rote, Oliver. Ach, okay. Schau am besten genau hin. Hast du's geschafft? Lebst du noch? Ja, ich bin drüben. Ja, jetzt muss ich eigentlich dasselbe für dich machen. Ja, mach doch mal. Hopp, geh. Du weißt aber, dass ich da nach oben hin muss, ja. Du gehst durchs Lilande, oder? Ja, nehm ich mal stark anders, dass das Lilande ist. Das war das Falsche. Ups. Jetzt weißt du mal, wie's mir ging? Ja, okay, nochmal. Okay, das ist geil. In der weiten Portalansicht ist das noch nicht richtig. Und da bin ich tot. Entschuldigung. Okay, das ist zu verkraften. In dem Fall verzeih ich dir mal ausnahmsweise. Das verkrafts nicht, diesmal nicht. Durchs Lilande gehen. Das ist geil, das ist noch nicht rendert, das farbige Zeug. Das ist nice. Und da klingelt die Uhr. Aber egal. Ja, okay, halt erstmal die Uhr. Halt erstmal die Schnauze, oder? Ist der Wurfel schon rausgekommen? Ne, du musst ihn auf den Knopf stellen, glaube ich. Jetzt kommt der Wurfel raus. Perfekt. So, und jetzt beenden wir noch den Test und dann beenden wir den Part. Hey, das ist mein Wurfel. Egal, ist mein Wurfel. Angesichts eures Tempos bei diesen Tests glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, stärkender Menschen liegt. Wenn euch das nicht motiviert, dann... Ja, okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, und wie immer hier Videobeschreibung, was eh nicht funktioniert, aber egal. Hauen sie rein, bis dann.